Der Deutsche Medienpreis ist eine Auszeichnung, die seit 1992 jährlich von Mediacontrol, einem Unternehmen für Marktstatistiken, verliehen wird. Die Verleihung findet in Baden-Baden, dem Sitz des Unternehmens, vor rund 200 geladenen prominenten Gästen statt. Karl-Heinz Kögel stiftete den Medienpreis, um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu ehren. Eine Jury, bestehend aus Chefredakteuren führender Zeitungen und Zeitschriften, entscheidet über den Preisträger. Der Preis selbst ist eine handgeformte, bemalte Keramikfigur auf einem blauen brasilianischen Marmorsockel. Der seit 1972 in Deutschland lebende Schweizer Künstler Roland Juncker schuf die Skulptur, die jedes Jahr andere Farben erhält und von der staatlichen Majolika-Manufaktur in Karlsruhe gefertigt wird. Liste der Preisträger und Laudatoren Kritik Der Jurist, Experte für Medienrecht und frühere Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Lieb bemängelt, dass Mediacontrol sowie die Juroren nicht über die nötige Autorität verfügten, die dem Namen des Preises gerecht werde. Die Prämierung von hochrangigen deutschen Politikern wird als Manifestierung fehlender Distanz und demokratischer Kontrolle seitens der Medien aufgefasst. Als wesentlicher Zweck der Preisverleihung sieht er die Eigenwerbung ihrer Teilnehmer an. Die Präsentation